Herzlich Willkommen zurück Leute, TTT ist angesagt, mit dabei ist heute der Botzer, Moin Moin, Krabs, Kapuze, DeGoro, Moin Moin, Early, und die Eislinge. So wer wird noch schnaufen? Aus dem Weg. Guck mal wer hier steht. Guck mal wer hier steht. Hä, das war ich nicht, das war Dracula. Alter, Kapuze ist es, Kapuze ist es! Early! Nicht mit mir, Freund! Warum immer so? Uh, hoho! Oh! Yes! Mann, ich dachte mir, Alter, ich hab sechs Threadits gehabt! Diese Eskalation, Alter. Ich hab sechs Threadits gehabt, ich war im Himmel! Das ist der Erbos. Direkt gemessert. Oh. Ach, du hast mich gemessert? Ja. Ich dachte, ich bin durch Mirrorsfett gestorben. Nee, nee. Okay. Oh, das wär's. Das wär's. Alter, das wär richtig übel gewesen. Zack, nochmal schön, Mirrorsfett. Man muss erst mal mit dem Erbos warm werden wieder. Hey, scheiße! Oh Gott, ich hab nur die Jutsch! Okay, okay, ich brauch nen Stuhl, ich brauch nen Stuhl. Ende im Kalender! Drei Stück. Scheiße. Aber Goro, dass du den Dingens überlebt hast. Ich hab mich auch gewundert, dass du danach schießt und dann sagst, das war ich nicht. Das war ich nicht. Doch. Doch, sag. Hier drin ist der Traitor! Doch nicht, okay. Schnell zumachen. Scheiße. Sind schon irgendwelche Leute tot? Was glaubst du dir denn? Du hast nix gesehen. Boah, was hat grad... Ey, Kapuza hat geschossen einfach aufs Gerobein! Was glaubst du denn? Wieso ist das Erni? Da du, Alter! Erni hat nicht mal Leben verloren. Da ist Erni! Weißt du, wie dreist das wär? Sich neben den Detektiv zu stellen einfach einzukaufen? Äh, man weiß nicht. Oh! Kapuza hat die Tür ab. Hey! Schildkröte! Hahaha! Schildkröte! Und Goro rennt raus! Nee, Goro hat mich geschlagen. Schildkröte! Aus, wir sind auf Early gehauen. Dalu? Ist es jetzt Early oder nicht? Nein, ich hab auch keine Angst. Ich hab auch keine Angst. Ich hab auch keine Angst. Ich hab auch keine Angst vor Gran. Ich hab einen. Hallo! Hinten ist einer tot. Wir haben uns abgesprochen. Ey, da ist einer tot. Wer ist tot? Müssen wir suchen. Wir haben nichts gesehen da hin. Ah, ja. Ah, ja. Oh! Podsizes. Das weiß ich nicht. Ey, das war Kapuze. Das war... Warte, du warst das doch Grand. Was? Nein, ich hab nur ne Diegel. Ich hab nur ne Diegel. Was? Ich hab keine. Nein! Ich hab keine Sniper. Ich hab keine Sniper. Er hat keine Sniper. Schnell weg hier. Mach ich. Er ist es. Tür zu. Tür zu. Ich hab die Tür zugemacht, Early. Er wusste es. Ich töte Early zuerst. Wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Ich bin's Early. Ich wurde schon längst confirmed. Wirklich? Ja, ja. Flashbang. Lauft. Oh. Ich glaub Eisley ist es, Leute. Los, wir schubsen Goro raus. Schubs ihn! Yes! Sauber, gut gemacht. Kapuze hat mir geholfen. Moment, Early. Eisley ist schon lange tot? Mein nicht, weil ich seh sie nirgendwo. Ist sie missing in action? Ist Eisley missing in action? Was hier passiert, Kapuze? Kapuze hat eben Goro rausgeschubst. Wieso willst du denn wissen, dass sie tot ist? Weil sie nicht redet. Ich sag, es sind Kapuze und Early. Kapuze und Early sind's. Kapuze und Early sind's. Eisley ist schon lange tot, war sein Fehler. Nein, Eisley ist wirklich tot. Ich hab wohl in dem Schuss gehört und bei dem redet Eisley auch nicht. Ich hab gehört, wie Eisley Early gerufen hat und dann gestorben ist. Brent, was war das? Das war ich nicht, ich hab keine Sniper. Er hat die Sniper jetzt gedroppt. What? Nein, das stimmt nicht. Hö, hier ist ne Sniper. Jetzt hab ich ne Sniper, Freunde. Oh, meine Maus, Hilfe! Tötet ihn! Nein, warum denn? Danke, dass du mich gerettet hast, Freund. Hey, hast du grad auf mich geschossen, Kapuze? Ich dachte, wir sind Traitor-Kollegen. Oh ja, Eisley, das war super, dass er sich selber geschossen hat. Ich hab Lapuze einen Handshot gegeben. Ach, Eisley war Traitor. Die hat sich selber gekillt, ja. Die hat sich selber gekillt. Ja, sie hat die Tür aufgemacht und ist rausgeflogen. Ich hab mir schon gedacht, dass es Kapuze ist, weil der hat doch Doro rausgeschossen. Aber guck mal, wie er hier chillt auf der Treppe. Da kennt er nix, ey. Hab mit dir ins Feuer. Mit der Huge die Runde gewonnen. Habt ihr die ganzen Disco schon gedroppt, Leute? Aber wer wollt mir die ganzen Morde da anhängen andauernd? Du warst es doch, oder? Nein. Du warst aber mehr Traitor als alle anderen zusammen. Du warst mehr als Kapuze. So, wo ist Goro? Mich kriegt diesmal nicht. Dann halt Eisley. Wenn ich's werde, töt ich Eisley. Oh, wenn ich mit dem Metallstück sterbe. Oh, ich hab schon Schaden gekriegt. Ich bin Detektiv da. Ja und, ich bin Traitor. Werden mehr zu sagen? Werden mehr zu sagen hat? Meine Waffe gegen deine. Ich schieße den Hut ab, ey. Wenn ich ihr Leben rauskomme, mach ich nicht fertig. Jeder, der mich schlägt die Knochen. Jeder, der mich haut, schieße ich einmal zurück. Einmal schlagen ist gar... Oh, ihr bleibt abbeziert. Der hat ja ein Reel auf mich geschossen, ey. Krabs. Er könnte mich nicht mehr als Traitor lächeln, sonst ist er tot. Einen Schaden, ich hab einen Schaden gekriegt. Oh nein, ich rolle um die... Hey! So. Ist einer gestorben? Oh, oh, oh! Habe ich ihn verhauen, ey. Mit dem Wort erlöscht. Hat da noch Frans haben? So euphorisch. Oh, oh! Friendship, oh, auf dem Airbus, das musste verblendet sein. Early war Traitor und hat sich selbst getötet. Ich hab ihn confirmed. Ich hab ihn erschossen, als er den gezündet hat. Ah! Oh Eisby, was hast du denn jetzt auch noch gemacht? Der Friendship war hier. Early hat beide Traitor getötet. Nice. Öffnet die Tür. Oh, das hatten wir auch schon seit 100 Folgen nicht mehr gehabt. Das gibt Karma-Abzug. Oh, das tut weg. Los, wir haben die Discos. Party, Party! Schnell, keiner darf ne Waffe kriegen. Habt ihr alle ne Scholli, Scholli? Ja, Shotgun confirmed. Shotguns, Shotguns, Discos, Discos. Party, Party! Wuhu! Man kann Traitor mal sein! Mit dem Feuerlöscher auf den getaserten Jauen, ey. Detective! Ah, ich hab'n Damage bekommen! Werden wir die mit'n Lowly hier? Was war von Hit? Das war, glaub ich, die Icely? Die Icely schon. Warum? Weißt du nicht, ich wollte nur mal Party machen. Hahaha. Die Schligi. Vorweg! Hab'n huge getroffen, Leute. Oh? Was tat weh, Junge? Oh shit, ich brenn, ich brenn! Oh Gott! Hey! Hey! Hier ist einer tot, Leute. Hier sind zwei tot. Ich kann die nicht confirm, die sind im Feuer. Bin ich der Letzte? Hallo? Nein. Bist du jetzt tot? Nee, ich bin auch nur da. Wenn ich das richtig sehe, dann kann, ne, das ist klar. Der Inno... Da liegen doch drei, oder? ...auf die Bösen schießen. Hahaha. Der Inno auf die... Oh crap, ich weiß nicht. Wer jetzt noch Inno ist und lebt, kann alle abschießen außer den Detektor. Hahaha. 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 Toll, ich häng hier unten fest. Hahaha. Are you kidding me? Nee. War schon ernst. Hahaha. Das müssen wir schaffen. Ach, das ist... Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ach, ich hab's im Korb. Hahaha. Hahaha. Yes. Sauber. Der Goro. Oh, war der Fade. Oh, war der Fade. Ich hab keinen Fake gehabt. Echt? Ich hätt auch gedacht. Ich hab keinen Panik. Hahaha. Ich hab den Sniper schoß durch die Tür hier. Und Grain schreibt in Chat. Ja, war ja, also bitte. Das hättste auch nicht abwehren können. Doch. Wie denn? Habe ich meine Siegel jetzt weggeworfen? Sascha Noob. Auf einmal waren alle tot. Ich hab's im Gefühl, Leute. Ich muss die Mikro aufnehmen, diese Runde. Das ist kein Spaß AGP. Wer war da? Geh bitte weiter. Geh weiter. Ich will den hier. Ne, den will ich auch nicht. Wer ist das? Der rennt doch weg, das ist Goro, oder? Das bin ich nicht. Goro, 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 Goro. Wer ist da? Goro, Goro, Goro. Ich formte ihn aus Lehm. Hat's getroffen? Goro, Goro, Goro. Was ist denn mit mir los? Hey, wenn Goro ist, bin ich jetzt tot. Goro ist richtig lahm. Goro macht mich nicht an. Traitor, Traitor, Traitor. Ich formte ihn aus Lehm. Den klar, den mach ich. Und Dalu hat nichts gesehen. Grenz ist Traitor, hast du's gehört? Ja, dann hol ihn. Meinst du was da? Rate mal, wer der zweite ist, ey. Early, Early, Early. Du musst Eis wieder töten, dann knall ich Early ab. Dann haben wir gewonnen. Okay. Er ist mal weg. Er lässt mich auch noch abfrauen. Oh, du bist so ein Noob, Early. Aber finde ich gut. Eis liegt zum Abschuss. Oh. Entschuldigung. Der Ernst? Ich glaube, wer schießt davon. Oh Gott, wo kommt der denn auch noch her? Wir haben drei Traitor. Das kann nicht sein. Stopp. Einer liegt von euch. Ja, du bist doch Traitor. Ich hab's doch nie geschaut. Ja. Dalu ist es. Sauber. Ja. Dalu abgeknallt. Ich hab Eisli getötet. Wuhu. Ich bin reich. Was? Ich bin reich. YouTube Money. Alter, was? Der war doch hier. Halt. Halt. Stopp. Ich hab ein Messer. Nö. Nein. Ich hab keine Money mehr. Ich muss ihn verprügeln. Oh, okay. Du hast verarmst, Alter. Du Sackwaffe. Drei Leute haben auf mich geschossen. Ich so, das kann nicht sein. Es gibt doch noch zwei Traitor. Warum kündigst du das auch an? Ich war doch nicht Traitor. Ich war Inno. Und drei Leute haben auf mich geschossen. Aber du hast gesagt, Rance war schon so verdächtig, weil er die ganze Zeit so besorgen ist. Und dann meintest du ja, dann weißt ja Bescheid, wenn ihr noch das Traitor. Ich dachte auch, Dalu hat mich schon gesehen. Ich dachte, Dalu wusste halt, dass ich's bin. Ja, das wusste ich ja. Ich wollte dann hochkommen und dann haben auf einmal drei Leute auf mich geschossen. Dann war ich verwirrt. Aber du hast ja auch gesagt, dass du's bist. Einer lügt, hab ich gerufen. Oh, der klassische Goro. Goro hat auch auf mich geschossen, glaub ich. Ja, ich war tot. Bitte gehen sie weiter. Er hatte Doppelgänge. Nein, geht's nicht. Oh Gott, das ist kaputte! Nein! 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 Hey Löwe, nein! Da hat aber grad wirklich mehr die Falle aufgehört. Ich bin auch draußen! Shit! Ich auch! Ich bin jetzt ehrlich. Ah, ich lebe noch. Ich auch! Das ist so ein Sinn. Kann eigentlich noch nicht gehen. Einer hat die Falle auf. Ich bin raus. Ich auch. Ich lebe noch. Ich auch. Hör ich die Musik? Bin ich der Letzte? Ja, ich lebe noch. Aber ich bin draußen am Flugzeug. Ich muss mich gar nicht selber töten. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Duck dich. Ja, ja, ich weiß schon. Einer von euch beiden muss immer sein. Ja. Bestimmt. Kapuze, du musst dich ja jetzt echt töten. Kapuze, würdest du mich selbst, oder? Dann frage ich mich, warum Kapuze sie nicht schon lange umgebracht hat. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, der ist Traitor und blümmelt da rum. Sonst hätte ich euch beide erschossen, ey. Muss ich extra noch mal auskommen, um mich zu töten. Kapuze hat jetzt auch sagen können, dass du Inno bist. Einer von euch beiden muss Inno sein. Ja, weil ich dachte, Kapuze ist Traitor, weil er sie nicht umgebracht hat. Aber die Tür war schön, oder? Aber die Tür war schön, oder?